Es war eine kalte Nacht in den Dunkelngassen von Nova Prime, einer der geschäftigsten Raumhöfen der Galaxie. Zwischen dem Lärm von schreienden Händlern, brummenden Generatoren und flackernden Neonlichtern gab es einen stillen Winkel, den kaum jemand beachtete. In einem alten, verrosteten Müllcontainer kauerte ein schlankes, fremdartiges Wesen. Ihre Haut schimmerte in einem sanften Türkis, ihre Augen leuchteten wie zwei Munde, und ihre langen, filigranen Finger umklammerten nervös ihre Knie. Sie war alleine, hungrig und, wie es aussah, voller Angst. Doch etwas an ihrem Blick deutete darauf hin, dass sie nicht nur um ihr eigenes Leben fürchtete. Sie trug ein Geheimnis, eines, das ihr Leben verändert hatte. Jack, ein Mechaniker mit mehr Glück als Verstand, war gerade auf dem Weg zu seinem bescheidenen Quartier, als er ein leises Rascheln hörte. Noch eine streunende Katze, murmelte er, bevor er neugierig den Deckel des Containers hob. Was er sah, ließ ihn erstarren. Oh, hallo, sagte er zögerlich, während die Alienfrau panisch zurückzuckte, ihre schlanken Hände schützend vor ihren Bauch haltend. Es war kein gewöhnlicher Schutz, da war mehr. Jack war nicht der schärfste Beobachter, aber er konnte erkennen, dass etwas an ihr anders war. Und dann traf es ihn wie ein Blitz, sie war schwanger. Es dauerte eine Weile, bis er sie beruhigen konnte. Mit sanfter Stimme und ein paar improvisierten Witzen schaffte er es, das Vertrauen der mysteriösen Frau zu gewinnen. Ihr Name war Zynara, und sie war auf der Flucht. Ihre eigene Spezies hatte sie verstoßen, nachdem sie sich auf einen Menschen eingelassen hatte ihn. Jack erinnerte sich plötzlich an einen Vorfall, vor ein paar Monaten, als er nach einer langen Schicht zu viele Drinks gehabt hatte und auf einer intergalaktischen Party landete. Die Details waren verschwommen, aber jetzt wurde ihm klar, dass er eine größere Wirkung hinterlassen hatte, als er gedacht hatte. Zynara erzählte ihm von der Verfolgung durch ihre Familie, die diese Verbindung als Schande ansah. Doch es war mehr als das ihre Spezies hielt Menschen für minderwertig, unfähig, mit ihnen auf Augenhöhe zu stehen. Dass sie nun ein Kind erwartete, das halb Mensch, halb ihrer Art war, war für sie undenkbar. Jack konnte nicht anders, als ein wenig stolz zu sein. Tja, was soll ich sagen, ich habe eben meinen Charme, witzelte er, was ihm einen skeptischen Blick von Zynara einbrachte. Die Tage vergingen, und Jack versteckte Zynara in seiner Werkstatt. Zwischen den defekten Antrieben und kaputten Droiden fand sie ein wenig Sicherheit. Ihre wachsende Nähe war sowohl herzzerreißend als auch komisch. Jack, der keine Ahnung hatte, wie man mit einer hochentwickelten Alienfrau umgeht, versuchte, ihre Launen und Bedürfnisse zu verstehen. Und Zynara, die keine Ahnung hatte, warum Menschen so eigenartige Dinge wie Pizza aßen, versuchte, sich in seine Welt einzufügen. Doch nicht alles war friedlich. Die Jäger ihrer Spezies waren ihr dicht auf den Fersen, und Jack wusste, dass ihre Zeit knapp war. Während er an einem alten Raumgleiter arbeitete, um Zynara in Sicherheit zu bringen, kamen sie sich näher emotional und, nun ja, auch körperlich. Es war eine seltsame, aber magische Verbindung. Jack wusste, dass er sie nicht nur retten wollte, sondern auch für sie und das Kind da sein musste, das sie gemeinsam erwarten würden. Die erste große Konfrontation kam, als die Jäger schließlich Nova Prime erreichten. Jack und Zynara hatten keine Wahl, sie mussten kämpfen oder fliehen. Mit einer Mischung aus Verzweiflung und Einfallsreichtum gelang es ihnen, die Jäger auszutricksen. Dabei halfen einige der ungewöhnlichen, menschlichen Erfindungen, die Zynara zuerst für nutzlos gehalten hatte, wie zum Beispiel Jacks selbstgemachter Explosivcocktail aus Raumüll und einer alten Batterie. Doch der eigentliche Wendepunkt kam, als die Jäger Zynara stellten und Jack sich zwischen sie stellte. Ihr wollt sie? Dann müsst ihr erst an mir vorbei. Seine Worte waren mutig, doch innerlich zitterte er. Zynara war von seiner Tapferkeit überwältigt. Trotz der Gefahr konnte sie ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken. Dieser Mensch, den ihre Spezies für schwach hielt, war bereit, alles für sie und ihr Kind zu riskieren. Die Jäger, beeindruckt von Jacks Entschlossenheit und der Tatsache, dass Zynara sich trotz allem weigerte, aufzugeben, entschieden sich schließlich, sie in Ruhe zu lassen. Vielleicht war es Jacks Mut oder einfach die Erkenntnis, dass Liebe keine Grenzen kennt. Die Geschichte endete nicht hier. Jack und Zynara begaben sich auf eine Reise durch die Galaxie, immer auf der Suche nach einem sicheren Ort, an dem sie eine Familie gründen konnten. Ihr Leben war voller Herausforderungen, aber auch voller Lachen, skurriler Begegnungen und der unerschütterlichen Verbindung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Wesen. Diese ungewöhnliche Liebesgeschichte bewies nicht nur Zynaras Spezies, sondern der gesamten Galaxie, dass Menschen mehr sind, als man ihnen zutraut. Sie sind nicht nur Überlebenskünstler, sondern auch Kämpfer für die Liebe, für die Familie und für das, was wirklich zählt. Und so begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit, voller Hoffnung, Humor und einem Hauch von Chaos. In den Tiefen der Schlacht tobte das Chaos weiter. Jeder Schritt fühlte sich an wie ein Balanceakt auf dem Grad zwischen Triumph und völliger Katastrophe. Käpt'n Flint grinste breit, während er mit einer Mischung aus frechem Humor und tödlicher Entschlossenheit durch das Schlachtfeld navigierte. Seine Einheit eine wilde Mischung aus Menschen und Aliens, die das galaktische Kommando geradezu mit ihrer, unkonventionellen, Disziplin in den Wahnsinn trieb, kämpfte sich durch wie eine chaotische Flutwelle. Okay, Leute, rief Flint und duckte sich hinter einer Deckung, während Gläserstrahlen über seinen Kopf hinweg zischten. Haltet die Formation, oder was auch immer wir Formation nennen. Und, bitte, schießt nicht wieder auf unsere eigenen Droiden. Denkt daran, blau blinkt Freund. Rot blinkt potenziell böse. Alles dazwischen, ist zur Diskussion offen. Sein Funkgerät knisterte, und ein vertrautes, schnippisches Alien-Akzent meldete sich, Käpt'n, ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel, potenziell böse, wirklich eine Strategie ist. Es war natürlich Xyra, die aus der Luft Unterstützung bot und die ebenso scharfe Worte wie Schüsse liefern konnte. Xyra, in Zeiten wie diesen improvisieren wir. Außerdem hast du die neuen Truppenmarkierungen gesehen? Sie sehen aus wie blinkende Weihnachtslichter. Wer kann sich da noch konzentrieren? Flint konnte fast spüren, wie Xyra die Augen verdrehte, aber er hörte das Schmunzeln in ihrer Stimme. Unterdessen bahnte sich die Frontlinie ihren Weg vorwärts, wobei die Kommunikation mehr einem Kneipengespräch ähnelte als einer ernsthaften Kriegsführung. Ein neuer Rekord, ein Alien mit schleimiger Haut und einer Tendenz, bei Stressblasen zu bilden, fragte unsicher. Im, Sir, sind wir sicher, dass dieser Plan funktioniert? Natürlich nicht, lachte Flint und feuerte einen präzisen Schuss ab, der einen Gegner zurückdrennte. Aber weißt du, was sicher ist? Dass wir entweder gewinnen oder eine verdammt gute Geschichte haben werden, die wir an der Bar erzählen können. Inmitten des Getöses stürmte plötzlich eine Einheit schwer gepanzerter Gegner auf sie zu. Flint ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Okay, Leute, hier kommt das große Finale. Holt die geheimen Waffen raus! Äh, Sir, fragte der Schleimalien verwirrt. Geheime Waffen? Flint grinste und deutete auf eine Reihe improvisierter Apparaturen, die aussahen wie eine Mischung aus Küchengeräten und Mini-Reaktoren. Ja, diese Babys hier. Entwickelt in fünf Minuten und mit genug Sprengkraft, um, naja, etwas Beeindruckendes zu machen. Vielleicht. Xyra meldete sich wieder, Flint, wenn du uns alle in die Luft jagst, werde ich persönlich deinen Grabstein mit, war ein Idiot, gravieren. Das wird nicht nötig sein, Xyra. Ich habe das alles unter Kontrolle. Natürlich hatte Flint keine Ahnung, was genau passieren würde, aber das war ein Detail, das er lieber für sich behielt. Die improvisierten Geräte wurden aktiviert, und eine Serie von Explosionen folgte allerdings keine gewöhnlichen. Stattdessen schickten sie eine Welle von bunten Rauch, lauter Musik und einer Art Leuchtfeuer in die Luft. Die Gegner, völlig verwirrt, hielten inne, während Flints Truppe die Gelegenheit nutzte, um zuzuschlagen. Ich sagte doch, dass das funktioniert, rief Flint, als die gegnerische Linie zerbrach. Manchmal muss man einfach improvisieren. Die Schlacht war gewonnen, aber der Krieg war noch lange nicht vorbei. Während die Truppe ihre Verletzten zählte und ihre Vorräte auffüllte, konnte niemand die Frage beantworten, die jedem auf der Zunge lag, was hatte Flint eigentlich vor, wenn das nicht funktioniert hätte? Xyra fasste es schließlich zusammen, Flint, eines Tages wird dein, Glück durch Chaos, uns alle umbringen. Er grinste nur und antwortete, vielleicht. Aber bis dahin werden wir verdammt viel Spaß haben. Und so zog die bunteste und unorthodoxeste Truppe der Galaxie weiter, bereit für die nächste Schlacht und die nächste Runde verrückter, doppelbürdiger Abenteuer. Die Nachwirkungen der letzten Schlacht waren kaum verklungen, als Captain Flint und seine bunte Truppe schon in die nächste chaotische Mission geworfen wurden. Dieses Mal hatten sie die Aufgabe, eine vermeintlich verlassene Raumstation zu sichern, die angeblich wichtige Technologie beherbergte. Natürlich hatte Flint seine eigenen Theorien dazu, vor allem, weil die Station den verdächtigen Namen, Oasis Prime, trug ein Name, der eher an ein Vergnügungsparadies als an eine wissenschaftliche Einrichtung erinnerte. Okay, Leute, wir gehen da rein, sehen uns um und nehmen mit, was wir brauchen. Und ich betone, nehmt nur das, was wir wirklich brauchen, sagte Flint mit einem Blick auf das schleimige Alien, das bereits seine Tentakel rieb, als ob es einen Schatz zu heben gedenke. Die Luftschleuse der Raumstation öffnete sich mit einem Zischen, und die Gruppe betrat einen riesigen, glitzernden Korridor. Neonlichter flackerten, und eine leise, aber aufdringliche Musik drang aus den Lautsprechern. Das klingt weniger nach Wissenschaft und mehr nach, einer Party, die aus dem Ruder gelaufen ist, murmelte Xyra und musterte die Umgebung skeptisch. Flint schmunzelte. Vielleicht haben sie hier eine andere Definition von, Forschung. Ich meine, wer sagt, dass Wissenschaftler keinen Spaß haben dürfen? Doch kaum hatte er den Satz beendet, sprang eine holographische Projektion auf, die eine überdimensionale, lächelnde Alienfigur zeigte. Willkommen bei Oasis Prime Ihre Wünsche werden wahr, ihre Fantasien werden erfüllt, erklang eine Stimme, die so seidig und verführerisch war, dass selbst Xyra errötete. Flint, das ist eine Falle, sagte sie scharf, aber er winkte ab. Oder, es ist die beste Mission, die wir je hatten. Bleibt wachsam, aber entspannt. Wir wollen nicht gleich alles kaputt machen. Die Gruppe bewegte sich weiter in die Station, wobei jeder Raum eine neue Überraschung bereithielt. Einer war voller schwebender Kugeln, die beim Berühren seltsame, kichernde Geräusche machten. Ein anderer enthielt eine Sammlung von Kleidungsstücken, die wie lebendige Wesen wirkten und versuchten, sich an die Besucher zu schmiegen. Das ist wirklich einzigartig, bemerkte der Schleimalien-Rekrut, als ein besonders hartnäckiger Umhang versuchte, sich um seine Tentakel zu wickeln. Flint, das ist keine Forschungseinrichtung, das ist ein intergalaktisches Vergnügungsresort, erklärte Xyra endlich mit Nachdruck. Die Nachwirkungen der letzten Schlacht waren kaum verklungen, als Käpt'n Flint und seine bunte Truppe schon in die nächste chaotische Mission geworfen wurden. Dieses Mal hatten sie die Aufgabe, eine vermeintlich verlassene Raumstation zu sichern, die angeblich wichtige Technologie beherbergte. Natürlich hatte Flint seine eigenen Theorien dazu, vor allem, weil die Station den verdächtigen Namen, Oasis Prime, trug ein Name, der eher an ein Vergnügungsparadies als an eine wissenschaftliche Einrichtung erinnerte. Okay, Leute, wir gehen da rein, sehen uns um und nehmen mit, was wir brauchen. Und ich betone, nehmt nur das, was wir wirklich brauchen, sagte Flint mit einem Blick auf das schleimige Alien, das bereits seine Tentakel rieb, als ob es einen Schatz zu heben gedenke. Die Luftschleuse der Raumstation öffnete sich mit einem Zischen, und die Gruppe betrat einen riesigen, glitzernden Korridor. Neonlichter flackerten, und eine leise, aber aufdringliche Musik drang aus den Lautsprechern. Das klingt weniger nach Wissenschaft und mehr nach, einer Party, die aus dem Ruder gelaufen ist, murmelte Xyra und musterte die Umgebung skeptisch. Flint schmunzelte. Vielleicht haben sie hier eine andere Definition von, Forschung. Ich meine, wer sagt, dass Wissenschaftler keinen Spaß haben dürfen? Doch kaum hatte er den Satz beendet, sprang eine holographische Projektion auf, die eine überdimensionale, lächelnde Alienfigur zeigte. Willkommen bei Oasis Prime Ihre Wünsche werden wahr, ihre Fantasien werden erfüllt, erklang eine Stimme, die so seidig und verführerisch war, dass selbst Xyra errötete. Flint, das ist eine Falle, sagte sie scharf, aber er winkte ab. Oder, es ist die beste Mission, die wir je hatten. Bleibt wachsam, aber entspannt. Wir wollen nicht gleich alles kaputt machen. Die Gruppe bewegte sich weiter in die Station, wobei jeder Raum eine neue Überraschung bereithielt. Einer war voller schwebender Kugeln, die beim Berühren seltsame, kichernde Geräusche machten. Ein anderer enthielt eine Sammlung von Kleidungsstücken, die wie lebendige Wesen wirkten und versuchten, sich an die Besucher zu schmiegen. Das ist wirklich einzigartig, bemerkte der Schleimalien-Rekrut, als ein besonders hartnäckiger Umhang versuchte, sich um seine Tentakel zu wickeln. Flint, das ist keine Forschungsanrichtung, das ist ein intergalaktisches Vergnügungsresort, erklärte Xyra endlich mit Nachdruck. Das erklärt die entspannte Atmosphäre, gab er zurück. Aber wir sind immer noch auf einer Mission. Wenn Sie hier so fortschrittlich sind, wie Sie vorgeben, muss es irgendwo wertvolle Technologie geben. Doch bevor Sie weiterziehen konnten, ertönte ein Alarmsignal, und die holographische Figur erschien erneut, diesmal mit einem finsteren Lächeln. Gäste, es scheint, dass Sie versuchen, ohne vorherige Buchung Zugang zu den Premium-Bereichen zu erhalten. Das ist leider nicht erlaubt. Premium-Bereiche, fragte Xyra trocken. Das ist der Moment, in dem wir rennen, oder, fragte der schleimige Rekrut nervös, als metallische Wachen aus den Wänden auftauchten. Falsch, rief Flint. Das ist der Moment, in dem wir improvisieren. In bester Flint-Manier schnappte er sich eine der lebendigen Kugeln aus dem ersten Raum und warf sie auf die Wachen. Die Kugel zerplatzte in einer Wolke aus glitzerndem Nebel, der die Wachen zum Stillstand brachte. Sieht aus, als wären sie anfällig für Spaßpartikel, sagte er grinsend. Das ist kein offizieller Begriff, Flint, nur Xyra, während sie eine der Kugeln aufhob und sie ebenfalls gegen die Angreifer schleuderte. Die Truppe kämpfte sich durch, wobei jede ihrer Aktionen eine bizarre Mischung aus Chaos und Kreativität war. Als sie schließlich das Herzstück der Station erreichten, fanden sie keine Waffentechnologie oder wissenschaftliche Geräte, sondern eine riesige, pulsierende Energiequelle, die wie ein Herz schlug und die gesamte Station mit Strom versorgte. Das ist, beeindruckend, murmelte Xyra, während sie die Energiequelle untersuchte. Und vermutlich sehr wertvoll, fügte Flint hinzu. Ich denke, wir haben gefunden, was wir suchen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding hier rausschaffen. Natürlich blieb keine Zeit, einen sorgfältigen Plan zu entwickeln, denn die Wachen formierten sich bereits neu, und die Stimme des Hologramms halte wieder durch die Gänge, unbefugter Zugriff. Sicherheitsmaßnahmen aktiviert Ich liebe es, wenn sie das sagen, murmelte Flint mit einem schiefen Grinsen. Zeit für den großen Abgang Die Gruppe rannte, die Schritte halten durch die Gänge der Station. Flint sprang über leuchtende Laserbarrieren, Xyra feuerte einen Energiebogen, der mehrere Hindernisse in einem einzigen Schuss zerschmetterte, und der schleimige Rekut rollte sich durch enge Schlitze, um sich den Wachen zu entziehen. Der Korridor führte sie in eine gewaltige Halle, die von einer blauen Lichtquelle erleuchtet war, die so stark flimmerte, dass es aussah, als ob die gesamte Station in Flammen stand. Das ist der Ausgang, oder? fragte Xyra und blickte Flint herausfordernd an. Oder hast du noch einen weiteren Trick auf Lager? Flint grenzte breit. Das ist der Moment, in dem wir improvisieren. Er deutete auf einen Tunnel, der unter der Energiequelle hindurchführte und direkt zur Außenseite der Station führte. Laufen, befahl Flint und stürmte voraus. Doch kaum hatten sie den Tunnel betreten, krachte eine Explosion hinter ihnen, und die Station begann zu zittern. Was zum? fragte Xyra, als der Boden unter ihnen vibrierte und eine massive Druckwelle sie fast zu Boden warf. Das war nicht unser Plan, fluchte Flint. Aber wir müssen hier raus. Sofort! In einer wilden Flucht hetzten sie den Tunnel entlang, während die Station um sie herum zu zerbrechen schien. Funken flogen von den Wänden, und die Geräte in ihren Anzügen fingen an, Warnsignale zu blinken. Die Stimme des Hologramms dröhnte erneut, dieses Mal mit panischer Intensität, Zugang zu Notausgängen eingeschränkt. Gefährlicher Zustand erkannt. Verdammt, die Station geht gleich hoch, rief Xyra, während sie sich an Flint klammerte. Bist du sicher, dass wir das überleben? Wer immer an diesem Ort gearbeitet hat, hatte definitiv einen etwas seltsamen Sinn für Humor, sagte Flint grinsend, als sie die Ausstiegsluke erreichten. Aber ja, wir schaffen das. Mit einem letzten Blick auf die zerstörte Station, die in einem Regen aus Funken und Licht verging, drückte Flint den Hebel und öffnete die Luftschleuse. Die Gruppe sprang ins All und sah, wie die Station in einer gigantischen Explosion in einer blauen Flut von Energie verschwand. Die Nachwirkungen der letzten Schlacht waren kaum verklungen, als Käpt'n Flint und seine bunte Truppe schon in die nächste kaotische Mission geworfen wurden. Das erklärt die entspannte Atmosphäre, gab er zurück. Aber wir sind immer noch auf einer Mission. Wenn sie hier so fortschrittlich sind, wie sie vorgeben, muss es irgendwo wertvolle Technologie geben. Doch bevor sie weiterziehen konnten, ertönte ein Alarmsignal, und die holographische Figur erschien erneut, diesmal mit einem finsteren Lächeln. Gäste, es scheint, dass sie versuchen, ohne vorherige Buchung Zugang zu den Premium-Bereichen zu erhalten. Das ist leider nicht erlaubt. Premium-Bereiche, fragte Xyra trocken. Das ist der Moment, in dem wir rennen, oder, fragte der schleimige Rekrut nervös, als metallische Wachen aus den Wänden auftauchten. Falsch, rief Flint. Das ist der Moment, in dem wir improvisieren. In bester Flint-Manier schnappte er sich eine der lebendigen Kugeln aus dem ersten Raum und warf sie auf die Wachen. Die Kugel zerplatzte in einer Wolke aus glitzerndem Nebel, der die Wachen zum Stillstand brachte. Sieht aus, als wären sie anfällig für Spaßpartikel, sagte er grinsend. Das ist kein offizieller Begriff, Flint, nur Tixyra, während sie eine der Kugeln aufhob und sie ebenfalls gegen die Angreifer schleuderte. Die Truppe kämpfte sich durch, wobei jede ihrer Aktionen eine bizarre Mischung aus Chaos und Kreativität war. Als sie schließlich das Herzstück der Station erreichten, fanden sie keine Waffentechnologie oder wissenschaftliche Geräte, sondern eine riesige, pulsierende Energiequelle, die wie ein Herz schlug und die gesamte Station mit Strom versorgte. Das ist, beeindruckend, nur mit Tixyra, während sie die Energiequelle untersuchte. Und vermutlich sehr wertvoll, fügte Flint hinzu. Ich denke, wir haben gefunden, was wir suchen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding hier rausschaffen. Natürlich blieb keine Zeit, einen sorgfältigen Plan zu entwickeln, denn die Wachen formierten sich bereits neu, und die Stimme des Hologramms halte wieder durch die Gänge, unbefugter Zugriff. Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Ich liebe es, wenn sie das sagen, murmelte Flint mit einem schiefen Grinsen. Zeit für den großen Abgang Die Mission entwickelte sich zu einem wahren Spektakel, das niemand von ihnen je vergessen würde.